Ja, hallo Kostja. Heute bist du bei mir im Interview. Stell dich erstmal bitte vor. Ja, also ich bin der Kostja. Vollständiger Name wäre Konstantin Klein, aber in der Community und in meinem Internetleben doch als Kostja Klein besser bekannt. Blogge als Kostja Klein, twittere als Kostja Klein und bin eben auch als Kostja in der Community aktiv. Bei welcher Firma bist du? Ich arbeite bei der Freudenberg Forschungsdienste SE und Co. KG. Bin dort in einem Softwareentwicklungsbereich tätig, wo wir Individualsoftwareentwicklung für die Inhouse-Kunden im Wesentlichen betreiben. Wir machen das fast zu 100% auf der Microsoft-Plattform. Insbesondere dann, wenn wir es selber umsetzen, sind aber auch in Software-Einführungsprojekten tätig und als Beratungsinstanz quasi für Softwareauswahlprojekte, Software-Einführungsprojekte und so weiter und so fort. Du bist ja sehr viel in den Communities unterwegs, engagierst dich sehr stark. Geht das so einfach mit deiner Firma? Unterstützen geht das so? Also im Grunde genommen bekomme ich dort eine sehr gute Unterstützung. Ich investiere natürlich selbstverständlich aber auch viel Freizeit, habe einen großen Enthusiasmus für das, was die Community leistet. Ich denke aber auch, dass es eben sich lohnt, sich in der Community einzubringen, sich zu engagieren, weil ich glaube, das ist ein guter Übungsfluss an Wissen, an Inspiration, an Ideen und an Motivation zurück ins Unternehmen fließt. So, dann erzähl doch mal, was machst du so in der Community? Wo lässt du dich blicken? Was sind deine Schwerpunktthemen? Ja, also sozusagen organisatorisch aktiv bin ich bei der Dortmund User Group Frankfurt als Lead. Ich engagiere mich außerdem in Just Community e.V., einem Verein, der sich eben der Förderung der Community in der IT im weitesten Sinne verschrieben hat, wo wir verschiedene Projekte unterstützen, wo wir andere Communities unterstützen, wenn Fragen da sind zu Themen wie Gründung, wie Sponsoring, wie Event-Organisationen, also wo man uns gerne jederzeit ansprechen kann. Und mit diesem Verein organisieren wir auch einmal im Jahr eine große Community-Konferenz, das ist die NRW-Konf, die wir jetzt seit einigen Jahren immer im Herbst in Buchertal durchführen. So wird es auch in diesem Jahr wieder der Fall sein. Dann Thema Open Space. Wie siehst du den Open Space, gerne auch im Vergleich zu normalen Konferenzen? Ich denke, der Open Space ist eine wertvolle Bereicherung, was das Format anbetrifft. Also wie gesagt, ich engagiere mich ja eben auch mit Just Community e.V., wo wir selber eine Community-Konferenz organisieren oder jetzt beispielsweise auch über meinen Steckenpferd, den SQL-Server, wenn ich auch mit der SQL-Path, also so einem Pendant quasi, dieser Ineter oder der .NET-Community, auf SQL-Server-Seite in Kontakt, wo wir auch jetzt ein SQL-Saturday das zweite Mal in diesem Jahr nach Deutschland geholt haben. Dieser SQL-Saturday findet jetzt gerade nächste Woche statt und ist auch eher so ein klassisches Community-Konferenz-Format. Was bedeutet das? Naja, dass es sich eigentlich zwar ein bisschen absetzt von den kommerziellen Konferenzen, aber trotzdem es dort Sessions gibt mit Sprechern, geplanten Vorträgen. Dieser Open Space gewinnt für mich seinen Reiz dadurch, dass hier eben sehr flexibel, sehr offen alle möglichen Themen diskutiert werden können und es in der Regel sich wirklich auf eine Diskussion, also dass es auf eine Diskussion quasi herausläuft und dass es nicht so sehr ein Monolog ist, nicht so sehr ein Vortrag ist, sondern dass man wirklich interaktiv viele Meinungen kennenlernen, Erfahrungen, ein sehr reger und aktiver Austausch zu bestimmten Themen stattfindet und dass man eben selber Ideen einbringen kann, was man gerne diskutieren würde, wie die Agenda gestaltet sein sollte. Und das, finde ich, ist ein herausragendes Merkmal des Open Space. Ich bin jetzt, weiß nicht, schon häufiger, also in Karlsruhe jetzt jedes Mal dabei gewesen, in Leipzig auch schon mindestens zwei Mal, glaube ich, dabei gewesen und eine Veranstaltung, die ich sehr schätze und die ich jedem eigentlich nur empfehlen kann. Okay, würdest du sagen, du nimmst vom Open Space mehr mit oder von jetzt den Standardkonferenzen? Das ist natürlich... Eine böse Frage. Ja, das ist insofern ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich glaube, man nimmt unterschiedliche Dinge mit. Also grundsätzlich nehme ich von überall was mit. Ich kann mir auch sogar ein Thema, mit dem ich mich selber schon relativ gut und tief beschäftigt habe, gerne nochmal von jemand anderem anhören, egal ob als Session oder in der Diskussion auf einem Open Space, weil ich denke, dass man immer noch neue Aspekte kennenlernen kann, andere Sichtweisen, andere Positionen, die man gegenüber einem Thema einnehmen kann. Und ich finde es sehr spannend zu beobachten, wie eben andere sich auch für sich bestimmte Themen verarbeitet oder bearbeitet haben. Natürlich gibt es Themen, die mich mehr ansprechen oder die mich weniger ansprechen, aber grundsätzlich glaube ich, es ist immer einem selbst überlassen, dass man eben herausfindet, was wäre für mich ein Thema, was mich interessiert, wo beteilige ich mich, wie bringe ich mich ein und eben auch diesen Versuch wirklich unternimmt, sich auf eine Position einzulassen, die immer diesen Wissensdurst mit sich bringt und diesen Ansatz, dass ich hier in einen Erfahrungsaustausch gehen möchte. Dann kann ich, egal ob von einer Community-Konferenz, von einer kommerziellen Konferenz oder auch eben von so einem Community-Event wie dem Open Space, glaube ich, am meisten mitnehmen. Und dann summa summarum, was würdest du sagen, was waren jetzt heute für dich so die persönlich rentabelsten Sessions? Und, das ist eine Anforderung an dich, benutze bitte in deiner Beschreibung das Wort Schnickschnack. Schnickschnack? Ja, versuche es einzubauen, bitte. Okay, die Sessions, die mich heute am meisten beeindruckt haben, waren zum einen natürlich irgendwie die zwei Themen, die ich selber auch so quasi mit eingebracht habe, nämlich die provokante Behauptung, wir nehmen Software zu wichtig und sollten uns nicht vielleicht mehr mit Rapid Application Development Tools auseinandersetzen beziehungsweise müssen wir überall diese High-Level-Software bauen, High-Quality, Clean-Code, alles was dazugehört, ist das so wichtig wie es manche wollen oder ist es tatsächlich alles nur Schnickschnack? Oder aber auch die Session, wo es so ging um das ganze Thema CQRS, Event-Streams, überhaupt eine Welt voller Events, also viele Signale, die von allen möglichen Sensoren vielleicht irgendwo herkommen, wie werden wir uns darauf einstellen müssen, was bedeutet das für Softwareentwicklung, welche Konzepte gibt es, wie kann man denen begegnen und dann auch sehen, hat das schon irgendwo tatsächlich Einzug gehalten? Also wer verwendet sowas in seinen Projekten jetzt schon? Und eine Session, die jetzt noch nicht allzu lang zurückliegt und die ich sehr, sehr cool fand, war eine zum Thema Unternehmensgründung im Bereich IT, Start-up-Szene, wo kann man Förderung finden, wo gibt es Einstiegspunkte, was sollte man beachten, was sind so die wichtigen Dinge, die Do's and Don'ts, das fand ich super gemacht, sehr spannend und eben auch von der Beteiligung her gut, also es waren wirklich Leute da, die das selber schon durchlaufen haben, die diesen Prozess schon vielleicht sogar mehrfach durchlaufen haben, die wissen, was man da eben vielleicht besser oder schlechter machen kann und die da schon Erfahrung sammeln konnten, aber auch viele, die jetzt vielleicht gerade so kurz davor stehen oder gerade in diesem Prozess drin sind und fanden das einen sehr angenehmen und spannenden Austausch. Super, danke dir für das Interview. Danke auch.